Ich bin jetzt schon wieder beim Sackfasten dabei. Ich wollte eher so viele regionale Produkte haben. Da habe ich auf jeden Fall die Sorte Cox Orange genommen, weil das eine alte Cox-Sorte ist und nicht auf süß überzüchtet. Und die tut mir auch am besten. Ich merke es immer im Training, dass ich irgendwann ein Gefühl habe, in der Lunge auch und im Rachen vor allem, dass es halt so brennt. Das heißt auf Englisch auch Cox Inflammation. Aber da muss ich noch deutlich weiter vordringen. Es ist relativ hart, aber das ist eigentlich nur deswegen hart, weil ich zu schlecht bin, im Cox fließen zu lassen. Ich war eigentlich immer eher so der Pfieker-Typ und grobe Typ und durch Pfieking und mit möglichst viel Kraft und Anstrengung, vor allem extreme Anstrengung, normal irgendwas zu erreichen.